herzlich willkommen zu meiner session effizient arbeiten mit architecture decision records ich habe für fragen den ralf d müller mitgebracht das ist ein kollege von mir die kennen sich mit dem thema auch so ein bisschen aus das heißt wenn ihr fragen habt einfach im chat schreiben mir wird es dann an ein bisschen sammeln und an eine geeignete stelle einstreuen das ist ein bisschen so dass von mir weg dass ich da jetzt den chat noch beobachten muss und die ganze zeit hier rüber auf den anderen bildschirm schauen muss ich spreche heute über ein thema was ich also kein silver bullet muss ich gleich von vorne weg sagen ist ein thema was ich in meinem team seit eineinhalb zwei jahren sehr intensiv benutze nämlich architecture decision records und das wir als sehr wertvoll empfinden und deswegen stelle ich das heute gerne mal vor vielleicht ein bisschen ein oder andere mit und probiert es mal aus und findet es sehr nützlich für sich selber ja was macht mein team eigentlich ich bin in einem produktteam bei der db system die it-dienstleister und digitalpartner der deutschen bahn normalerweise war die db system so aufgestellt wir machen viele projekte für gesellschaften von der deutschen bahn also für fernverkehr regio und so weiter cargo fällt mir da jetzt gerade noch ein gibt es so viele verschiedene gesellschaften die kenne ich gar nicht alle aber mein team macht jetzt irgendwas was relativ neu ist nämlich produktentwicklung das heißt wir bauen einen service und verkaufen dem das heißt wir haben jetzt keinen kunden der uns treibt an der stelle der sagt okay ich brauche das unbedingt baue das für uns nein wir entwickeln das und müssen das dann selbst vertreiben das so ein bisschen so die spezialität die wir da haben und was bauen wir da wir bauen den db content hub mein product owner nennt es gerne single source of truth für content für bedarfsgerechte omni channel ausspielung habe ich doch mal verhaspelt das heißt wir haben eine api und ein headless cms dahinter und da kann man eben diesen service einkaufen kann mit einer ap in cms bespielen mit content mit eigenem datenmodell und so weiter und so fort und produktentwicklung habe ich jetzt in den letzten zwei jahren knapp zwei jahren gemerkt da muss man sehr viele entscheidungen treffen also man hat natürlich irgendwie den druck man muss es kommt keiner und gibt ihr geld sondern du musst das geld einfach anschaffen das heißt du musst gucken wie entwickle ich mein produkt weiter das heißt wir haben da sehr viele entscheidungen zu treffen sowohl produkttechnisch als auch architektonisch was wir da bauen wann wir das bauen wie wir das bauen was ist denn da das sinnvollste und eine frage die da ganz oft aufkommt ist zum beispiel was ist was ist denn jetzt eigentlich produktfeature was man jetzt für vielleicht für den kunden bauen aber der für viele andere kunden sinnvoll ist oder was ist jetzt ein projektfeature also kunde kommt natürlich immer mit irgendeinem use case den er hat den er damit abbilden will und der braucht vielleicht spezielle spezielles customizing und da ist sie mir fragen baue ich was für das projekt oder brauche ich was für das produkt und für das produkt muss ich das natürlich ganz anders bauen so dass es für viele relevantes für viele nutzbar ist und für das projekt eben ist das von mir aus irgendwo eine plug-in erweiterung von unserem cms was wir darunter liegen haben und das ist ganz andere sache wie ich das entwickle was wir auch viel haben ist natürlich in dem sinne auch und das haben wir immer noch das kriegen wir auch mit mit der technik netwerk wir haben viele diskussionen um entscheidungen auch viele diskussionen architekture entscheidungen die wir da treffen auch wieder zurücknehmen und deswegen ist sinnvoll diese die irgendwie zu dokumentieren und da kommen eben die architecture decision records ins spiel die wir als team da als sehr hilfreich empfinden so jetzt habe ich irgendwie entscheidungen 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 erzählt was ist denn eigentlich eine entwurfsentscheidung ich benutze das in diesem talk und deswegen habe ich auch diese folie reingenommen damit mir so eine auch die zuschauer und ich so eine gleiche basis haben was ich eigentlich rede sonst versteht da jeder was anderes drunter ich verwende entwurfsentscheidung gleich bedeutend hier in diesem talk mit architekture entscheidung heißt alles was irgendwie die architektur betrifft und da gibt es verschiedene auffassungen ich will gar nicht die definitionen von architektur aufzählen da gibt es einfach viel zu viele seitenweise für mich gibt es da irgendwie so drei ebenen für entwurfsentscheidungen die da kommen viele sagen auch die code ebene die ich jetzt als erstes habe ist eine architekture entscheidung ich sehe das persönlich nicht ganz so ich würde sagen okay wenn ich jetzt auf der code ebene eine klasse implementieren die braucht irgendeinen sortier algorithmus dann kann ich sagen okay ich habe eine entscheidung nämlich da jetzt bubble sort nämlich merge sort ab und so das ist okay wenn die irgendwie die sortiermenge klein ist und die größer ist merge sort wird dann vielleicht interessant oder quick sort wenn das irgendwie alles größer wird sind so was muss ich denn auf die platte schreiben und das würde ich aber sagen ist irgendwie so auf code ebene und in der einzelnen klasse das heißt im schlimmsten fall stolpert ein anderer kollege drüber wenn er die klasse wieder anfasst das ist jetzt nicht so eine entscheidung die man unbedingt schwer rückgängig machen kann deswegen nehme ich die raus aus meinen entwurfsentscheidungen für diesen talk aber es gibt ein schönes template das simon harrer hat da mit ein paar anderen das buch java by comparison geschrieben und die dokumentieren das da als template in dem code das heißt wenn ich da als entwickler vielleicht drüber stolper warum ist denn der sortier algorithmus so ineffizient implementiert dann steht es da und dann weiß ich okay ich kann das so lassen das völlig gehen wir mal aufs andere spektrum auf die solution ebene da bewege ich mich nicht unbedingt ab und zu mal wenn ich dann wirklich mit dem kunden spreche da ist eben sozusagen okay ich habe hier irgendwie system a und system b und die sprechen miteinander und ich weiß halt eben dass das system zum beispiel ein legacy system ist das hatte ich in meinem vorherigen team auch und diese legacy systeme die neigen dazu irgendwie mit so burst anfragen gar nicht zurecht zu kommen also dieses system hatte die interessante eigenschaft dass wir dass wir als sendendes system hatten wir jms queues die sind manchmal voll gelaufen weil irgendwas nicht abgearbeitet wurde und dann konnte man sagen okay ich starte den prozess neu und dann haben die plötzlich das legacy system b mit 1000 requests pro sekunde beschossen dieses lecker system hat einfach gesagt nee das kann ich nicht ab und ist einfach weg gewesen was natürlich im schlimmsten fall dazu führen kann dass irgendwelche requests verloren gehen und wenn das dann gerade irgendwelche kaufaufträge sind ist das natürlich irgendwie also ungünstig an der stelle das heißt ich gucke mir da ist eigentlich solution architect vielleicht anders auch okay ich weiß es ist ein legacy system ich setze irgendwie ein muster ein wie den circuit breaker das war es auch schon also ich weiß ich muss hier irgendwas architektonisch anpassen damit es funktioniert gehe ich da eine ebene runter das ist das wo unser team mein team sich da oft darauf bewegt ist sie sozusagen nicht die applikationsebene also ich baue jetzt so einen kleinen service für uns ist jetzt noch irgendwie keine solution die aus mehreren services zusammen gesteckt ist da geht es dann schon eher darum okay ich muss jetzt den circuit breaker ins installieren ich muss den einbauen ja was ist denn das für ein circuit breaker was habe ich denn die möglichkeiten wenn ich jetzt im java umfeld bin wo ich gerade bin dann könnte ich zum beispiel sagen hystrix oder j resiliens und hystrix habe ich jetzt bewusst gewählt so weit ich weiß dass das deprecated das heißt ich muss hier irgendwie abwägen jede entscheidung die ich an der stelle trifft für hystrix oder für j resiliens hat vor und nachteile und vielleicht soll ich das dokumentieren diese vor und nachteile bevor ich jetzt weitermache ich kann leider nicht nachfragen vielleicht sich ein poll vorbereiten sollen wer kennt denn arg 42 in der deutschen community ist es doch schon relativ verbreitet ich werde es jetzt auch gleich vorstellen arg 42 ist so für mich das template das deutschsprachige template und es wurde auch in viele sprachen gesetzt um leicht gewichtig technische software itektor zu dokumentieren und genau das verwenden wir in unserem team wie ist das aufgebaut da gibt es eine schöne übersichts grafik muss man jetzt auch nicht alles angucken aber im grunde genommen ist es ein template und dieses template ist immer gleich strukturiert hat den vorteil wenn ich das wirklich in jedem projekt verwende und das machen wir bei uns bei der db system das ist immer gleich strukturiert das heißt ich komme in irgendein system rein und kann angucken okay was hat denn das für ziele was hat denn das für kontext was hat es für randbedingungen was hat es für querschnittliche konzepte es ist immer gleich aufgebaut das heißt der vorteil von diesem template ist einfach ich gehe rein und kann es sofort lesen und was ein weiterer vorteil ist und das wird jetzt gerade im produktionsmodell wo ich unterwegs bin wir machen nämlich ein team devops das heißt da wird dann natürlich auch immer gestritten wenn man devops macht dann macht man normalerweise auch agiles agiles softwareentwicklung und da kommt ganz oft der satz ja dokumentation ist nicht nicht agil dem muss ich widersprechen vielleicht ist aber auch nicht alles von diesem template relevant das heißt im devops team soll es normalerweise so sein jeder weiß wo er hingreifen muss also wirklich jeder da kann es gut sein dass ich sowas wie eine laufzeitsicht gar nicht brauche je nachdem wie mein komplex wie komplex mein system ist was ich jetzt baue das heißt ich kann es auch einfach weg laufen laufen weglassen an der stelle und jetzt gucken wir mal genau hin da steht auf kapitel 9 das vielleicht mein einziger kleiner kritik programm im template weil da stehen entwurfs entscheidungen und damit sind an der stelle architektur entscheidungen gemeint und diese architektur entscheidungen sind praktisch die entscheidungen das ist meine definition kann man sich auch wieder darüber streiten genauso wie bei software architektur sind eben die entscheidungen die mein system wirklich prägen und die ich dann auch schwer wieder rückgängig machen kann das heißt nehme ich jetzt java oder dotnet das ist schon eine entscheidung weil dann geben sich ganz muss ich ganz andere libraries verwenden ganz andere tools also das ist schwierig zu ändern von java auf dotnet aus meiner sicht und genau sowas versuchen wir im team und dokumentieren das auch im team mit architecture decision records genau diese entscheidungen wie so eine entscheidung aufgebaut ich habe mir das nicht ausgedacht dass ich kenne es von einem blog post von michael t neigert der das buch release it geschrieben sehr unterhaltsam zu lesen ein paar lustigen witzen drin muss ich sagen und er hat einen blog post geschrieben genau in diesem format von architecture decision records und er sagt eben okay also so grundsätzlich ist eine adr so aufgebaut und das benutzt auch in seinem team das hat einen titel das hat eine entscheidung status von dieser entscheidung das hat einen kontext und hintergrund konsequenzen und alternativen wer diesen blog post kennt wird feststellen okay so ganz stimmt es nicht überein und das ist auch das schöne an diesem template das ist ja nicht fest das heißt wir haben die entscheidung hochgezogen weil das für uns irgendwie sinnvoller war ich glaube die entscheidung steht im template von michael neiger ein bisschen weiter unten das heißt dieses template ist ein bisschen wie scrum jeder nimmt sich das raus was er gerne haben will und dann lässt man die retro weg weil das am meisten zeit verbraucht und angeblich nichts bringt aber in diesem fall ist es sogar sehr sinnvoll das an seinen eigenen kontext anzupassen weil man eben genau das rausnimmt was man wirklich dokumentieren will also ich muss ja nicht unbedingt hier was muss ich um alternativen dokumentieren und die muss ich schon dokumentieren aber konsequenzen muss ich vielleicht nicht dokumentieren weil ich die für mich im prosa im kontext hinterlegt also ich kann das anpassen es gibt auch noch es gibt eine adr github organisation die sammeln praktisch so alle templates die es gibt also das ist jetzt für für architektur entscheidungen man kann da auch sagen okay die haben auch ein template für business entscheidungen und das ist dann auch wirklich länglich sondern schon allein die überschrift mit den erläuterungen sind über zwei seiten lang also ich habe das auch auf meiner letzten folie verlinkt kann man gerne mal drauf gucken für mich ist in unserem team ist halt wirklich diese diese struktur ganz gut jetzt ist es sehr abstrakt klar hier ein paar überschriften hinwerfen was will er denn damit der johannes deswegen habe ich mal ein beispiel mitgebracht eine sehr frühe adr von uns und der titel da sieht man schon die erste besonderheit dass es durchnummeriert das fängt für uns immer mit adr an das ist auch der empfohlene ansatz adr 003 ich gehe mal davon aus dass wir für unser relativ kleines system nicht mehr als 999 entscheidungen haben bis jetzt sieht es auch nicht so aus als würde man die erreichen der vorteil ist wenn es durchnummeriert ist da kriegt man eine chronologische sache hin und das ist auch leichter zu sortieren und dann hat man eben im titel was haben wir da entschieden okay wir haben gekauftes cms dahinter und das hat die möglichkeit eine staging umgebung und eine oder eine cluster umgebung so kann man das aufbauen das heißt bei cms heißt staging umgebung meistens so ich publische irgendwas auf der staging umgebung macht dann push publishing auf die live umgebung das kennt vielleicht ein paar die mit cms schon gearbeitet haben das heißt es vor allem im redaktionellen umfeld ist es sinnvoll also redaktor schreibt was chefredakteur drüber und sagt okay das kann ich jetzt live geben und dann ist es halt gleich live durch das push publishing ja so das haben wir da entschieden die entscheidung ist und hier sieht man schon zwei sätze lang ist nicht lang und wir verwenden zwei umgebungen iat und prop das war unsere entscheidung und diese werden als cluster aufgebaut nicht mehr nicht weniger aktive sprache da weiß man auch gleich was wir da eigentlich jetzt tun wollen als status haben wir beschlossen das ist nicht weiter spektakulär wenn später sehen da gibt es noch andere status und dann haben im kontext geschrieben okay wir wollen irgendwie skalieren auf das ganze system bieten den service an das heißt wir müssen über viele kunden potenziell über tausende requests pro sekunde ist vielleicht ein bisschen viel das kommt bestimmt von unserem product ohne dass der so viel haben will das ist aber potenziell müssen wir das irgendwie skalieren und dann haben wir eben festgestellt dass das problem bei dieser staging umgebung ist wenn man das so aufbaut man kann dann nur vertikal skalieren nicht horizontal und dann wird es natürlich schwierig und deswegen haben wir gesagt okay wir bauen lieber cluster umgebung die können wir horizontal skalieren das funktioniert dann haben wir aufgeschrieben wir verwenden die cluster umgebung die konsequenzen davon sind was die konsequenzen praktisch das was wir aufschreiben was wir jetzt machen müssen das heißt wir bauen jetzt die alte system architektur um reißen die ab und bauen irgendwie neue cluster umgebung auf und als alternativen wenn ihr keine alternativen habt dann ist es ja praktisch eine randbedingung gehört dann in kapitel drei wenn ich jetzt drei oder zwei war es und dann eben cluster lösung push publishing an der stelle kam jetzt auch noch die vornachteile von diesen alternativen hinschreiben habe ich raus gestrippt weil ich habe nicht so viel platz auf der folie gehabt und irgendwie muss man auch noch was lesen können okay gehen wir mal zur anatomie einer adr gehen wir mal genauer rein warum mal was wie macht also der titel ist ganz plakativ gesagt okay ich nehme kurze nomen phrasen das hat einen ganz praktischen hintergrund die kurzen nomen sind eben dafür da dass ich das leichter durchsuchen kann wenn ich jetzt da irgendwie den satz als überschrift schreibt dann wird es dann schwierig das zu durchsuchen die nomen sollten eigentlich immer das beschreiben was ich da gerade tue also das vorige beispiel da bin ich auch zufrieden das steht staging das steht cluster umgebung und am besten müsste da noch kaufsoftware stehen oder was wir für software verwenden dann finde ich diese adr auch wieder wenn ich ein bisschen mehr davon habe das zweites haben wir hochgezogen die entscheidung hat man vorhin gesehen aktive sprache 12 sätze meistens immer einen satz ist irgendwie interessanter weil da kann man die entscheidung relativ schnell erfassen und eine knappe erklärung aber wirklich nur eine knappe erklärung falls nicht dann wenn die erklärung zu lang wird dann gehört die woanders hin und zwei beispiele wie implementieren das so und so wir verwenden framework xyz je nachdem was die entscheidung da ist dann zum status und da wird es dann schon interessant wenn ich wenn ich adr verwende ganz oft das ist jetzt so wenn wir im devops umfeld unterwegs sind wir bauen irgendwas stellen fest okay da müssen wir irgendwas entscheiden was was auch das ganze team betrifft dann heißt okay wir kommen alle zusammen schreiben und uns das adr template was wir da im git repository liegen haben duplizieren das und fangen wir an die adr zu schreiben recht oft gibt es dann auch recht schnell eine entscheidung weil wir da niemanden dazu brauchen um das zu entscheiden und dann ist eben der status ganz oft gleich beschlossen was völlig in ordnung ist jetzt ist es natürlich auch so wir entscheiden uns auch mal falsch es kam schon öfter mal vor dass wir gesagt haben okay wir benutzen dieses und jesus framework ein gutes beispiel war für unsere api haben wir test geschrieben haben uns gedacht wo der bdd ansatz ist eine coole sache haben ein framework dafür gefunden und da hat man eben die auswahl immer rest assured das ist eben mehr so j unit nah und im code oder wir machen eben bdd mit karate und haben dann mit karate rumhantiert und also wir haben jetzt festgestellt die entscheidung war nicht so optimal das sieht erstmal gut aus aber man kann das ding irgendwie nicht warten das heißt ich werde dann nachher mal her gehen und sagen okay wollen wir das nicht ändern und dann machen wir eine neue adr auf und sagen diese adr ist jetzt ersetzt können link dazu auf die neue adr geben und dann sieht man so sieht man wirklich so die entscheidung wie sie geflossen sind das heißt wenn ich jetzt auf die neue adr gucke weil ich da auch dieses die alte adr verlinke okay jetzt machen sie rest assured was war da vorher was ja da war vorher was wir haben voll karate gemacht da war die argumentation so das heißt ich kann nachvollziehen wie sich mein system so entwickelt hat die entscheidungen das ist was was ganz oft irgendwie verloren geht ja warum ist es so es war schon immer so es ist ja jetzt nicht unbedingt eine gute begründung vielleicht meistens hat es einen sehr sehr guten grund warum irgendwie was was so ist man weiß es bloß nicht was mich gleich zum nächsten punkt bringt nämlich jetzt wenn man im kontext von von einer großen von einem großen unternehmen unterwegs ist was sich jetzt gerade irgendwie auf links krempelt also die system transformiert sich agil da ist noch viel hierarchisches denken unterwegs das heißt gerade mal wenn man sagt okay ich habe irgendwelche datentöpfe und die darf ich nicht angraben aus irgendeinem bestimmten grund also weil das politisch ist zum beispiel gab es tatsächlich es gab irgendwie einen service themen für stammdaten hätte anbinden können aber es darf ich nicht weil das halt irgendeiner nicht will weil das irgendwie politisch nicht geht das heißt im kontext schreibe ich wirklich rein was hat denn jetzt alles auf diese entscheidung eingeflossen da kann ich auch durchaus mal einen roman schreiben und immer schön fakten in meinem umfeld öfter mal politische entscheidungen die so sind ganz oft technologisch oder auch strategisch also jetzt zum beispiel wenn ich die api auf einer bestimmten plattform die wir intern bereitstellen veröffentliche ist kann das vielleicht gerade nicht so cool sein weil die plattform noch nicht so weit ist aber es strategisch absolut wichtig für dieses zähl zu sagen ich habe das auf dieser plattform weil ich dadurch synergie effekt erzeugt das kann ich da in den kontext reinschreiben teilweise sind auch lustige sachen dabei also ich habe mal mit einem tool zu tun gehabt das hatte die abkürzung owt war aber zur freigabe von von migrationen von office produkten haben wir sie erfassen für was steht denn owt office vielleicht noch ja keine ahnung irgendwann bin ich mal dem lead developer über den weg gelaufen und die ist olav walter wenn man so ein bisschen so überlegt okay ja das könnte sein dass der olav walter sich da verewigt hat und das war tatsächlich so das ist jetzt ein harmloses beispiel für für eine entscheidung wo man sich denkt okay cool wie ist er damit durchgekommen aber manchmal ist es ganz interessant zu wissen warum irgendwie was ist und da habe ich nochmal betont alles einbeziehen und wirklich alles also auch wenn man zum beispiel einen software architekten im team hat der unbedingt meetup driven development machen will der geht auf ein kafka kafka meetup und da wird ihm verkauft dass kafka das das teuerste von der welt ist und er macht das baut es dann sofort ein dann sollte man das vielleicht auch mit einer adr dokumentieren und sagen okay da hat sich hat einer gedacht das ist eine coole technologie das würde vielleicht nicht gefallen und dann kann man auch schön darüber diskutieren das ist so ein schöner nebeneffekt von adr ich mache die explizit und dann kann man darüber diskutieren aber es ist wichtig weil man sich später fragt warum habt ihr kafka eingesetzt und das funktioniert nicht richtig dann kann man sagen ja ist genau genau deswegen dann die konsequenzen ich bin mir noch nicht so sicher wir benutzen es immer noch so hier steht gliedern positiv negativ neutral das überschneidet sich noch ein bisschen bei uns mit den alternativen da steht nämlich dann auch drin okay ich habe die und die alternative die ja die vor und nachteile ich komme jetzt immer mehr zu einem ansatz sind wo ich sage konsequenz ist wirklich das was wir gerade tun müssen um diese adr dann auch wirklich umzusetzen das ist so wo ich sage okay das macht sinn und was hat es was macht es mit uns jetzt das positiv ist negativ oder macht es einfach gar nichts was mich direkt zu den alternativen bringt die alternativen sind auch ein sehr wichtiger teil auch wenn sie weit unten stehen also gerade mit dem beispiel von was ich vorhin gebracht habe karate versus rest assured und da gibt es ja noch ich könnte es auch mit j-unit machen oder was weiß ich was es da noch alles gibt das ist ja ganz wichtig weil wenn ich eine entscheidung treffe wie eben bei uns das karate und merke okay die waren nicht so cool dann kann ich jetzt sagen okay die waren nicht so cool ich gehe jetzt noch mal auf die suche und suche mir noch mal neue tools kann ich machen ich kann aber auch in die adr reingucken und schauen was haben wir denn schon evaluiert weil ich kann jetzt nicht sagen okay ich nehme das eine das andere und ich habe da gewürfelt meistens schon so ich gucke mir das mal an ich implementiere mal ein prototyp und stelle fest was die vollen nachteile sind und dann kann ich da eben zurückgehen und spare mir praktisch diesen aufwand die entscheidung noch mal komplett zu machen also das finde ich ganz sinnvoll die alternativen was wir auch intensiv benutzen so was passiert jetzt wenn ich wenn ich jetzt hier eineinhalb jahre adr schreibt ja ich generiere praktisch einen entscheidungslog durch die namenskonvention ich habe jetzt den titel weggelassen adr 1 2 3 und so weiter und so fort muss man gucken wo wir gerade sind ich glaube wir sind bei fast 30 adrs und die schauen dann sind historisch doch ist praktisch chronologisch geordnet das heißt hat jetzt keine thematische ordnung für uns sondern einfach chronologisch was haben wir denn nacheinander entschieden und ich habe mal ein paar titel mitgebracht die ich cool finde die sinnvoll sind je nachdem welchen kontext ich die verwende zum beispiel hier das ist aus dem aus dem internet aus irgendein github profil haben die gesagt okay extend system b to implement interactive approval processing gut system b kann man sich nicht wirklich was darunter vorstellen aber ich würde die adr garantiert wieder finden wenn ich sage okay ich suche jetzt im modul b oder im system b und da hat es irgendwas mit interactive approval processing zu tun dann finde ich die auf jeden fall finde ich einen coolen titel dann habe ich eine von uns mitgebracht aus einem wirklichen beispiel wir haben acceptance test implementiert und haben dann gedacht okay wir testen auch gleich das datenmodell vom kunden war keine so coole idee aber da haben wir noch das war noch vor meiner zeit bevor ich ins team kam und irgendwann haben wir dann festgestellt ist keine coole idee wir machen jetzt eine adr also wenn wir kundenspezifische acceptance test machen dann sollte doch bitte der kunde schreiben also sowas wie mit consumer driven contracts aber wir schreiben keine keine tests mehr die aufs datenmodell gehen das ist einfach blöd weil jedes mal wenn sich das datenmodell ändert sind die tests kaputt und wir dürfen anpassen jetzt bei einem kunden geht es vielleicht noch bei zwei auch aber wenn es dann immer mehr werden das kann man einfach vergessen das wird nichts und das haben wir da festgehalten das heißt wenn jetzt unser po kommt und meint ja wir müssen doch der acceptance schreiben dann ziehen wir genau diese karte diese adr raus und sagen ja aber schau mal was da passiert ist wir haben das hier dokumentiert das ist einfach eine schlechte idee weil also kann man jetzt dann kann man das auch über dem gegenüber dem kunden und dem product owner verargumentieren dass man nicht einfach wie wie viele entwickler das machen sagen nein geht nicht sondern wir können sagen nein weil das ist ganz wichtig dann mein drittes beispiel das ist jetzt kontext bezogen kommt darauf an wenn ich jetzt im system in einem system unterwegs bin was jetzt nur irgendwie aus einem aus einem konstrukt besteht dann ist module und structure loading okay wenn jetzt irgendwie bei uns nennt sich das verfahren es kann konglomerat von systemen sein die miteinander arbeiten dann ist module und structure loading so ein bisschen zu allgemein aus meiner sicht was denn für module und structure loading von system a b c oder d keine ahnung also ist auch kontext bezogen was ein guter titel ist so jetzt habe ich schon angedeutet je mehr entscheidungen wir haben desto wichtiger werden titel das heißt wenn ich dann lauter so allgemeinplätze habe wie auf der vorherigen module and structure loading die unterscheiden sich nur so ein bisschen dann kann es gut sein dass ich über die titel nicht mehr meine entscheidung finde die ich gerade mal angucken will das heißt es ist sehr sehr wichtig dass ich gute titel habe und wirklich gute titel und ja die besten titel die man sich eben so ausdenken kann die kann man auch noch ändern es gibt ja dieses seven stages of naming da gibt es einen guten artikel drüber so ein bisschen ist das mit den adrs auch also das so ein bisschen übungen an der stelle aber es lohnt sich das einzubringen genau aus dem grund weil ich will mir die vielleicht mal angucken das ist jetzt eine applikation ich habe sie verlinkt den adr viewer den gibt es auf github der arbeitet jetzt mit docs as code das heißt die adrs sind als markdown markdown dateien gott gott was ein wort abgelegt und der kann die anzeigen jetzt habe ich bloß ein problem damit dieser adr viewer den muss man irgendwie lokal starten das heißt wenn ich jetzt für entwickler vielleicht noch in ordnung wenn ich das aber unserem po zeigen will oder vielleicht auch mal jemand anders der nicht ganz so technisch unterwegs ist dann wird es schon komplizierter hier klon dir das repository baue das zusammen und zeigt es man das wird nicht funktionieren und deswegen und ich habe auch so meine probleme mit markdown das hat mir zu viele flavors das funktioniert nicht überall gleich genau aus dem grund das gefällt mir eigentlich nicht so deswegen haben wir im team gesagt okay wir hätten gern wirklich docs as code und zwar so dass das auch überall funktioniert dass das für den entwickler schön ist und er nicht aufpassen muss wo er das deployt deswegen gesagt okay nehmen wir doch mal ein format was vielleicht nicht ganz so verbreitet ist aber eigentlich viel cooler ist nämlich as gedoc as gedoc hat den vorteil dass es eigentlich ein standard ist also da gibt es keine flavors davon jedenfalls ist mir da nichts bekannt und es hat ein paar features wo ich sage coole sache die kann ich dann auch nutzen um eine richtig coole dokumentation zu bauen nämlich zum beispiel includes und was auch in den letzten jahren kommt ist das tooling also gerade das intellij plugin das da alexander schwarz entwickelt ist einfach großartig das wird immer besser weil er das völlig aktiv vorantreibt also da kann man wirklich wie mit mit code arbeiten inzwischen also code vervollständigung previews kannst mir browser anzeigen lassen also cooles zeug ich habe gesagt okay wir legen unsere adrs als as gedoc ab das ist einfach völlig natürlich warum ist es natürlich naja ich arbeite mehr meistens in einer idee und das ist jetzt ein screenshot aus meiner idee das ist ein ausschnitt von repository wo wir unsere adrs ablegen und da sieht man schon warum das eigentlich für den entwickler total cool ist er muss eigentlich seine entwicklungsurgebung gar nicht verlassen und wenn er jetzt zum beispiel eine neue adr machen wir dann geht er hier rein und sagt okay mit einem shortcut duplizieren wir mal die vorlage die ist jetzt hier nicht drauf oder duplizieren wir eine alte ich passen ein paar tags an und schon habe ich eine neue adr geschrieben jetzt kann ich da die adrs direkt in meinen art 42 template ein einbetten das gibt es auch auf github hier sieht man unsere adrs liegen irgendwie unter 07 news was ist denn das wir legen unsere adrs tatsächlich als als blog ab in einem repository und rennen daraus eine sogenannte microsite html seite das ist für uns irgendwie für uns ist das natürlicher für uns als team fühlt sich das gut an das kann man machen wie man will aber ich will die ja auch in meiner architektur entscheidung in meiner architektur dokumentation haben das heißt wenn ich jetzt eine seite raus generieren will ich ja auch hier meine micro seite hatten architektur ist das art 42 template will ich ja hier auch entwurfs entscheidungen haben ja das ist überhaupt kein problem also ich nehme die einfach haben nehmen die doc toolchain sammeln mir die ganzen adrs ein die kann ich nämlich decken die ganzen adocs die ich da erstellt habe und dann inklude ich die mit dem feature von von aski doc und die tauchen dann ja auf das heißt ich muss sie bloß einmal schreiben ich habe selber an zwei stellen und da wo sie hingehören das ist ein super cooler ansatz um dokumentation genau einmal zu machen und dann eben dahin zu binden wo sie gebraucht wird weil ganz oft ist ja so dass bestimmte informationen irgendwie an mehreren stellen gebraucht wird so das ist jetzt noch eine ältere version von unserem microsite master das glaube ich noch gar nicht nicht komplettes ci von dem von der bahn aber das soll uns jetzt mal nicht stören wenn man mal die nächste folie anguckt was haben wir denn in der microsite noch drin ich habe es ja gesagt wir veröffentlichen unsere adrs als blog das ist jetzt unter news hast du eine frage reif nein dann war das jemand anders also das ist jetzt unter news und als genau das was ich vorhin beschrieben habe also wie man hier sieht adr 19 adr 18 das ist chronologische ein chronologisches log unserer entscheidungen das ist schon ein bisschen älter das ist noch vom vom januar und da kann man eben gucken was haben wir denn eigentlich so so gemacht die letzten letzten wochen monate kann ich dann auch schön durchsuchen weil das alles auf einer seite ist das heißt wenn ich im browser bin mit steuerung f kann ich dadurch suchen und wenn ich jetzt mal irgendwie in eltern zeit zum beispiel war oder längeren urlaub hatte dann kann ich mal gucken was hat das team denn da eigentlich alles entschieden und kann mich da relativ schnell auf up to date bringen über diese html seite was wir dann auch noch eingebaut haben und was ich ziemlich cooles feature finde vor allem wenn man jetzt ein größeres system beschreibt an der stelle ist ich kann diese adrs noch auch noch einzeln tecken bei uns ist das jetzt natürlich relativ unspektakulär wir haben ein kernsystem das ist ein cms monolith java applikation und wir haben eine api gehostet auf einer api plattform und wenn man hier mal oben guckt haben wir hier ok adr das ist unspekt haben wir haben api und wir haben core system also das sind die zwei texte wir verwenden das heißt wenn ich jetzt sagen will okay ich will alle architekturentscheidungen haben die nur mit der api zu tun haben dann klicke ich eben auf api und dann hat die hat die microsite mehr automatisch kann mir das filter das heißt ich muss mich da gar nicht selber darum kümmern nur das tagging was ich da mache und dann kann ich alles angucken was was jetzt eigentlich mit der api zu tun hat das heißt ich kriege ja auch noch mal eine schöne filterung drüber so und jetzt ein bisschen tiefer in die technik einzusteigen was wie machen wir das eigentlich ihr links oben sieht man den den fuchs glaube ich ist das von kit lab wir legen das tatsächlich als git repository ab wir benutzen das in einem einzelnen repository weil sich das für uns natürlich anfühlt für ein system ein repository man kann jetzt aber hier noch weitergehen und sagen okay wenn ich jetzt zum beispiel einen ansatz wie get sub modules mache oder jetzt ganz neu was was ein kollege von uns entwickelt hat der matthias küch als open source denn in des monaco da zieht er verschiedene dokumentationen aus unterschiedlichen git repositories an und bindet ihn eine seite ein dann kann ich eben sagen okay ich ziehe mir die dokumentation wenn ich jetzt auf jedes modul die dokumentation einzeln mache die ziehe ich mir in einer microsite zusammen aber ich dokumentiere an der stelle wo es gebraucht das ist ein total mächtiger ansatz um wirklich diese verteilte dokumentation hinzukriegen dokumentation nicht zweimal zu haben das ist was ich zum beispiel müssen muss ich gerade im betriebsführungshandbuch einstellen und da dupliziere ich irgendwie zur hälfte gefühlt noch mal meine meine technische dokumentation und das ist irgendwie das fühlt sich nicht richtig an eigentlich würde ich ja lieber sagen okay inkludieren wir einfach im betriebsführungshandbuch meine technische dokumentation das wäre viel einfacher an der stelle aber wir sind ja im noch im großen unternehmenskontext unterwegs und da brauchen manche stakeholder brauchen immer noch word dokumente was mache ich denn dann oder die brauchen pdfs ja dann kann ich zum beispiel ein dokumen tool hernehme wie die doc tool chain die da ralf die müller erfunden und hat und entwickelt auch noch aktiv und damit kann ich mir eigentlich alles generieren was ich will also wird pdf wenn ich jetzt kann auch html generieren wir benutzen dafür static site generator aber nur so am rande und da kann ich eben dann auch sagen ich generiere mir das was der kunde eigentlich will und ich kann es sogar noch bedarfsgerecht machen kann zum beispiel sagen mit includes von aski doc ich will jetzt eine benutzerdokumentation nur für die api und dann ziehe ich mir nur die relevanten sachen aus meiner technischen architektur raus sondern aus meiner benutzerdoku die eben für die api notwendig sind und muss das nicht duplizieren ich muss es nur zusammenziehen an der stelle das ist das ist ein sehr mächtiger ansatz um wirklich um aski doc also dass da 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 strahlt einfach der doxys code ansatz wirklich gut was mir auch noch festgestellt haben und irgendwie ist da die animation kaputt gegangen wir haben festgestellt wie immer vom wiki auf doxys code gewechselt sind mit der microsite dass das so einen ganz interessanten nebeneffekt hatte und der interessante nebeneffekt war eben okay wir haben wir haben den master geschützt in unserem gint repository und jedes mal wenn man eine zum beispiel eine adr reinmacht aber auch wenn eine dokumentation reinmacht dann muss die jemand reviewen in einem merge request also und es muss auch jemand anders sein also man darf also das haben wir als team regler aufgestellt du darfst nicht deine eigene merge request merchant und dadurch hat sich die qualität und auch die menge an dem was dokumentiert ist die menge hat sich ein bisschen verringert aber die qualität ist ums vielfache gestiegen weil eben wirklich noch ein zweiter drüber guckt und so logische fehler in der dokumentation findet das ist im wiki ist es eher so ich schmeiße irgendwas rein und es stirbt dann da irgendwie ganz oft ist auch so man hat das seitenweise irgendwelche dokumentation da ist alles drin architekturentscheidungen mit diagramme irgendwelche rands total egal kommt alles in eine seite und dann muss das eigentlich auseinander klabustern und jetzt gerade im devops umfeld wo ich bin ist auch ganz wichtig zu sagen okay wenn ich jetzt eine adr habe dann muss aber auch wirklich jeder mal über diese adr über diesen merge request drüber geguckt haben das heißt jeder muster wir machen es meistens so wenn keiner ein veto hat dann ist es akzeptiert diese entscheidung das heißt wenn jeder drüber geguckt hat und sagt okay ich trage die mit dann ist es ist akzeptiert man kann das so gemacht werden weil wir hatten auch schon den fall da haben wir das nicht gut verteilt und dann war einer ziemlich sauer dass wir irgendwas machen gab es dann erst mal stuck der hat es dann auch logischerweise wenn er es nicht entschieden hat und auch nicht mittragen kann dann boykottiert man das unterbewusst und es ist genau das was man bei fünf leuten eigentlich gar nicht brauchen kann wenn es ein ein fünftel sagt oder zwei fünftel ich trage das nicht mit was ihr da entschieden habt das gefährdet wirklich dann den fortschritt an der stelle jetzt hat es erinnern von einer microsite für uns noch einen ganz anderen lustigen effekt gehabt gar nicht für uns als team das kommt glaube ich noch weil wir da relativ weit vorne mit dabei sind es wird aber besser mit transparenz von architektur entscheidungen von anderen teams das hat vor allem für die organisation hat es eigentlich eine auswirkung das heißt wenn ich jetzt mal hergehe und sag okay ich habe hier im team eine entscheidung getroffen und habe die dokumentiert in der html seite ja da muss muss die ja irgendeiner finden und wenn er nicht weiß dass es unsere seite gibt dann würde die nicht finden ist ein bisschen schade weil es kann gut sein dass nicht nur ich die entscheidung treffen muss wenn jetzt zum beispiel an wie wie gehe ich denn mit secrets um die ich brauche in der aws zum beispiel dann kann es gut sein dass ein anderes team noch diese entscheidung treffen muss und noch ein team und ganz viele teams in meiner organisation wenn wir jetzt in so einer großen in großen unternehmen ist wie der bahn dann kann es gut sein dass mal irgendwie 200 teams diese entscheidung treffen müssen jetzt kann natürlich hergehen und sagen okay die müssen das alles selber machen jeder muss diese entscheidung selbst treffen und zu einer sinnvollen lösung kommen kann man dann mal so kleine beispielrechnungen machen okay das kostet mich vielleicht fünf pt eine runde zahlsam 1000 euro kostet mich jetzt irgendwie 5000 euro pro team ja das sind wir schon mal bei 145.000 euro kostet ich mir nur für diese eine entscheidung hätte sparen können und potenziell ich habe es ja vorhin gesagt wir haben so knapp 30 entscheidungen potenziell gilt es eigentlich für jede architektur entscheidung ich da treffe da wäre es eigentlich ganz cool wenn jetzt das zweite team hergehen können und sagen können ja gab es da schon mal eine entscheidung dafür und was haben die sich dabei überlegt also dass man diesen entscheidungsprozess extrem abkürzen kann indem man guckt was machen andere teams und war das bei den erfolgreich dafür muss es aber auffindbar sein und bei unserer microsite ist es eben so dass hier ein ein search eingebaut ist und dieses search das verlinkt auf die interne suchmaschine das heißt eine interne suchmaschine gebe ich dann ein ich suche eine adr zum thema secrets und kriegt dann hoffentlich alle adr ist angezeigt und es geht dadurch dass die seit mit automatisch aus dem aski doc eine sitemap generiert und da läuft ein search spot drüber relativ einfache lösung und was das bringen kann ist eben so ich habe mein cloud formation template gebaut vor ein paar monaten und da habe ich eine lösung sucht und habe keine gefunden aber ich habe zufällig jemanden gekannt das auch schon mal hatte das problem und hat dann der hat mir die lösung gegeben also ich hätte jetzt fünf stunden rummachen können hätte die lösung bauen können oder fünf minuten und wenn ich das über die suchmaschine finde dann muss ich nicht mal jemanden kennen sondern ich kann es einfach unabhängig von von dem kenntnisstand von netzwerk hinkriegen das ist ein großer vorteil den ich dadurch krieg so da kommen wir schon zum ende in kleine rekapitulierung also wir benutzen in unserem team adr ist das adr ist als log von entscheidungen und vor allem nachvollziehbarkeit herzustellen und vor allem nicht immer über das gleiche zu diskutieren wir haben festgestellt irgendwie ja das wird schwierig zu verwalten bei vielen architekturentscheidungen das fing so bei 20 an da wird es dann langsam unübersichtlich auch mit der verlinkung und so vor allem wenn man das im wiki macht deswegen gesagt okay wir brauchen eine andere möglichkeit und da wir eben den docs as code ansatz mit einer microsite das mir automatischen adr log getaggt durchsucht generiert ist eine coole sache das funktioniert einfach wunderbar und wenn man dann noch weitergeht und da arbeiten wir gerade auch hin wenn man die transparenz von architekturentscheidungen fordert und dass viele teams machen dann kann man sich potenziell viel viel geld sparen das ist das was ich auch als vorteil sehe wenn wir dann den weg einfach weitergehen so ralf hat mir schon gezeigt zeit ist um aber es ist garantiert noch zeit für fragen ja ein paar fragen kamen schon im chat ob wir jbake und antora verwenden aber ich glaube ansonsten das bloß her ansonsten hast du glaube ich schon alles sehr ausführlich erzählt ich habe anfangs immer gedacht von wegen adr kann man doch gar nicht so viel darüber erzählen aber dein talk war jetzt sehr ausführlich und sehr informativ momentan sich keine weiteren fragen im im chat ich hätte an dich noch mal die frage du hattest vorhin das meetup driven development was ja tatsächlich so ein problem sein kann es kommt irgendwas eine neue library ins projekt rein hast du da irgendeinen tipp wie man damit umgehen kann ja manchmal geht sowas auch schleichend also ich habe gerade im cast habe ich auch darüber mal gesprochen kollegen von mir die hatten das auch also 15.000 tools teilweise vier tools für das gleiche problem man muss eigentlich dahergehen und fordern von den leuten von den kollegen wenn ihr merkt okay das muss irgendwie eine team entscheidung sein und ganz oft ist eine team entscheidung wenn ich sage ich benutze tools die ein artefakt erzeugen also zum beispiel diagramme ist ein schönes beispiel da gibt es ja hunderttausend verschiedene tools da kann es natürlich sein ich nehme draw io oder ich nehme dita hatte der gehabt oder enterprise architect und das müssen natürlich alle bedienen können und in dem fall wenn es nicht alle gleich bedienen können es ist eigentlich eine team entscheidung des tool auszuwählen da ist dann wahrscheinlich auch dort ist ja am anfang deine drei arten von entscheidungen da kommt wahrscheinlich auch mit rein was für ein impact diese entscheidung diese auswahl hat ob es wie eine architektur entscheidung teuer ist man es später irgendwie revidiert nun ja das ist also da habe ich kein silberbullet dafür manchmal passiert es einfach dass irgendwas reinkommt ich hoffe immer noch dass doch einfach durch kommunikation sich immer zu überlegen wenn ich jetzt was neues reinbringe ist es irgendwie wirklich relevant für alle dass da dass du meine kollegen aufpassen meistens klappt es auch manchmal klappt es auch nicht aber wir sind ja menschen ich finde bei architektur entscheidungen immer schön dass sie einem auch ermöglichen mal zu hinterfragen welches problem das eigentlich löst und manchmal ist dann so bei meetup driven development kommt dann raus ja ja also cool so als architekt gewöhnt man sich das finde ich an immer mal so fragen welches problem löst das jetzt super herzlichen dank tschüss